Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video wollen wir uns einige erstaunliche Aussagen von Robert Kiyosaki aus seinen letzten Videos ansehen. So spricht Robert unter anderem darüber, dass es das Beste ist, was sie dieses Jahr tun können, sich auf den endgültigen Niedergang vorzubereiten, denn laut dem Erfolgsautor steht die Welt vor der größten Depression, die wir je gesehen haben. Wenn ihr erfahren wollt, was Robert im Detail sagte und welche Tipps er für uns hat, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Robert Kiyosaki sagte folgendes. Wir sind dabei in die größte Depression der Weltgeschichte zu geraten, und das ist eine wirklich gute Nachricht für diejenigen, die Geschichte studieren. Aber Menschen, die in Aktien oder Anleihen, in Kryptowährungen und Immobilien investieren, sie werden ein Opfer der Geschichte sein und wahrscheinlich alles verlieren. Währenddessen geht Präsident Biden mit dem Hut in der Hand nach Venezuela und in den Iran, um Öl zu bekommen, aber gleichzeitig unterbricht er die Ölförderung in Amerika. Das sind zwar gute Nachrichten für mich, denn ich verkaufe Öl, und der Ölpreis ist von 30 Dollar pro Bär auf 130 Dollar pro Bär gestiegen. Ich verdiene zugegebenermaßen mehr Geld, aber Amerika wird dadurch pleite gehen. Wir werden also in eine massive Depression geraten, und als unser Kumpel Joe Biden die Keystone-Extralage-Pipeline gestoppt hat, ging die Inflation richtig durch die Decke. Das vernichtet die Armen, weil sie sich wegen des Öls kein Essen mehr leisten können. Glauben Sie mir, ich kenne mich mit Öl aus, ich bin ein Ölhändler, denn ich bin zur Schule gegangen, um für Standard Oil zu arbeiten. Wenn der Ölpreis steigt, dann steigt auch der Düngerpreis. Und wenn Dünger immer teurer wird, werden Lebensmittel ebenfalls wesentlich teurer und für viele Menschen unbezahlbar. Das Wichtigste, was sie in diesem Jahr tun können, ist sich auf den Niedergang und die Auslöschung Amerikas vorzubereiten. Aber es trifft nicht nur Amerika, sondern die weltweiten Finanzmärkte, weil Amerika aufgehört hat zu produzieren und angefangen hat, riesige Blasen zu bilden. Und wir befinden uns heute in der größten Blase der Weltgeschichte. Joe Biden ohrfeigt Putin auf der Weltbühne, das ist toxische Maskulinität. Die Welt ist in Schwierigkeiten, die Staatsverschuldung wird weiter durch die Decke gehen, Biden verursacht Inflation und gibt Putin die Schuld. Wenn Sie glauben, dass starke Männer gefährlich sind, dann sollten Sie sich zunächst schwache Männer ansehen, denn ich denke Präsident Biden richtet mehr Schaden an. Er öffnete beispielsweise eine ganze Südgrenze und lässt Menschen aus Afghanistan durch, er unterbricht die Ölförderung in Amerika, um die Grünen bei Laune zu halten. Joe Biden ist meiner Meinung nach ein sehr schwacher Mann. Und was jetzt passiert ist, ist, dass Russland und China sich gegen die USA verbündet haben. Es ist im Moment eine wirklich gefährliche Welt. Und es wird auch immer schlimmer, denn wir haben zurzeit die schwächste Regierung, die wir jemals hatten. Jedes Mal, wenn die Fed und das Finanzministerium Geld drucken, betrügen sie die Arbeiterklasse. Niedrigere Zinssätze führen zu Inflation, was es für junge und arme Leute und Leute aus der Arbeiterklasse unmöglich macht, sich beispielsweise ihr erstes Haus zu kaufen. Für die meisten Menschen ist der folgende Rat wirklich ein guter Rat. Wenn sie keine finanzielle Bildung haben, bleiben sie schuldenfrei. Der größte Fehler, den die Leute machen, ist, dass sie ihr Haus als Vermögen bezeichnen. Doch daran ist auch die schlechte finanzielle Bildung schuld. Es gibt wichtige Dinge, die ein Mensch neben der finanziellen Bildung Studium studieren sollte, und das sind zum Beispiel Geschichte und Philosophie. Das Interessante daran ist, dass beim Studium von Geschichte und Philosophie die Geschichte beweist, dass die Menschen nichts aus der Geschichte lernen. Deshalb befinden wir uns heute auch in der größten Blase, die die Welt je gesehen hat. Das, was jetzt passieren wird, ist ähnlich wie das, was in 2006 und 2007 passierte, Immobilien explodieren. Alle unsere Leute sind in Immobilien, Aktien und Anleihen investiert, und jeder will immer noch einen draufsetzen, das nennt man eine Manie. Und jedes Mal, wenn es eine Manie gibt, endet es nicht gut für die Menschen, die nicht aus der Geschichte lernen wollen. Denn wir stehen kurz davor, in die größte Depression der Weltgeschichte zu geraten. Wie ich bereits eingangs erwähnte, ist das eine wirklich gute Nachricht für diejenigen, die Geschichte studieren. Aber wenn sie wirklich dumm genug sind und dem Aktien- oder Anleihemarkt, Kryptowährungen und Immobilien hinterherjagen, dann werden sie ein Opfer der Geschichte sein. Sie werden wahrscheinlich alles verlieren. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr optimistisch für Bitcoin und die gesamte Kryptowelt. Aber in der Zwischenzeit wird das Problem sein, dass die meisten Leute auf die Nase fallen werden, weil sie das System nicht verstehen. Die Leute sehen dieses hohe Maß an Volatilität und das macht ihnen eine Heidenangst, und dieses Szenario kann man bei so vielen Sachen beobachten. Auf dem Kryptomarkt kann man genau sehen, wer wann verkauft, und es sind alles neue Investoren. Wenn man sich also die Metriken der Kette oder der Blockchain ansieht, stellt man fest, dass der gesamte Wert von 60 auf 30.000 gesunken ist. Es waren alles neue Investoren, neue Leute auf dem Markt. Man kann das daran erkennen, wie lange sie den Bitcoin, den sie verkauft haben, behalten haben. Wenn man also sieht, dass all die neuen Leute verkaufen, dann fragt man sich doch, wer kauft aktuell. Und genau das sind all die Leute, die schon sehr lange dabei sind. Und wenn wir nun tatsächlich in eine schlimme Depression geraten, ist das nun eine gute oder eine schlechte Nachricht? Die Antwort ist, das hängt von ihrer finanziellen Bildung ab. Ich werde reicher werden als je zuvor, einfach deswegen, weil ich nicht so dumm bin, den Blasen hinterher zu laufen. Ich jage nicht der Immobilienblase hinterher, ich jage nicht der Blase am Aktienmarkt hinterher, und ich jage auch nicht dem Anleihemarkt hinterher, denn dieser befindet sich in der größten Blase von allen. Dann gibt es da noch die Kryptowährungen. All diese Leute jagen den Blasen hinterher, und ich garantiere ihnen sie werden höchstwahrscheinlich ausradiert werden. Ich werde dann ihr Geld nehmen, und dann wird es Blut auf den Straßen geben. Das sind im Übrigen alles Begriffe aus der Finanzgeschichte. Ein berühmter Bankier soll einmal gesagt haben, man muss kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt, und raten Sie mal, was passieren wird. Deshalb spreche ich in einigen meiner Vorträge darüber, dass man Gold, Silber, Bitcoin und Blei haben sollte. Doch Folgendes sollte jeder noch verstehen, man erlaubt dem kleinen Mann Bitcoin oder Krypto zu besitzen, die Institutionen können Bitcoin aber nicht besitzen, das ist der wichtigste Punkt, den sie verstehen müssen. Die Institutionen können Bitcoin nicht besitzen, genau wie die Zentralbank Bitcoin nicht besitzt, weil es gegen die Geldpolitik der Zentralbank verstößt. Deshalb sind es die FED, die Europäische Zentralbank, die Japanische Zentralbank und die Britische Zentralbank, die allesamt Kryptowährungen nicht mögen. Das ist wichtig zu verstehen, denn sie werden genau das tun, was sie überall getan haben. Sie werden versuchen, den Kryptomarkt zu manipulieren, der wird also immer wieder rauf und runter gehen. Und was denkt ihr? Teilt ihr Robert seine Einschätzungen, und wir erleben jetzt die schlimmste Depression, die die Welt je gesehen hat? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 2 1 2 2 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10